Fantastisch! Ähm... Ich hab keine Ahnung, was das genau ist. Ist aber auch egal. Ähm... Ja, das ist natürlich... Ritter sagt natürlich... Ähm... Du... Ach... Du bist schon so ein... Kleiner... Freecore. Nein! Du darfst kein... Clanältester, lieber Tom. Weil du... Äh... Naja... Will ich jetzt nicht noch weiter... Aus für... Nein, Spaß. Nein, müssen wir mal gucken. Ich will jetzt auf jeden Fall zum Thema zurückkommen. Ich seh... Ich kriege keine Nachrichten mehr. Irgendwie... Also keine... Benachrichtungen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wenn ihr das auch habt, wenn ihr das vielleicht bei Bluestacks auch habt, dann... Schreibt's mir in die Kommentare. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich hab immer noch nicht mit Matthias sprechen können. Ich geh aber mal ganz stark davon aus, dass die Champ-Reise wohl... ... zustande kommen wird. Dann sagt der noch... Ich hab aber eine viel größere Gold-Quest als du... Dann sag ich... Oh nein! Du hast eine viel größere Gold-Quest als ich. Oh nein! Ich... Ich... Ich muss so viel mehr Gold klauen, weil ich sonst nicht mehr überleben kann. Sonst kann ich nicht überleben! Okay. So viel dazu und... Wie gesagt, auf die Quests... Da geb ich ehrlich gesagt einen feuchten Haufen. Ähm... Wo seh ich denn das überhaupt? Hier, ne? Oh nein! Ich hab nur 454 Millionen Gold gestohlen. Oh nein! Das ist... Das ist eine Schande! Was soll ich jetzt nur tun? Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr weiterleben! Weil ich so wenig Gold gestohlen habe! Nein! Spaß! Es ist halt... Der Loot ist öfters mal sowieso schon scheiße! Sowieso schon scheiße! Und dann noch... Ähm... Ja, was soll ich sagen! Dann... Greife ich mich auch schon zu früh an! Ist aber auch... Was soll ich sagen! Was soll ich sagen! So ist das halt! Ich warte so ein bisschen, bis die Truppen fertig sind! Dann können wir mal noch ein bisschen angreifen! Vielleicht noch unsere... Quest vervollständigen, dass ich heute noch in Kristall komme! Das wäre ja was! Wir haben momentan 209! Such schon mal eben kurz ein Rathaus! Vielleicht finden wir ja eins, was draußen steht! Du du du... Und dann... Muss ich unbedingt noch ein paar Pokale fahren! Dann muss ich mit Matthias reden! Dass ich dann... Dass Matthias mir zur Seite steht! Bei der... Bei der... Bei der... Champ Quest... Boah! Champion wird so... Es wird so schwer! Es wird so schwer! Ich... Ich... Drei Wochen lang jetzt! Oder so muss ich dafür... Dann muss ich da meinen Arsch hinhalten! Im wahrsten Sinne des Wortes für diese... für diese Herausforderung. Ich werde aber jetzt schon mal dazu sagen, ich werde es sehr langsam angehen, also weil ich auch nicht immer Zeit habe, dafür zu spielen. Es kommt auch mal vor, dass ich dann am Tag nur mal ein Aufnehmen und sonst nichts mache oder abends dann auch schon mal keine Zeit habe und so weiter. Das ist halt so. Und ich muss mich mal wieder rasieren. Oh, ich habe ja schon so einen richtigen... Ja, bei uns nennt man das auch Schnellfickerbart. Also ich weiß nicht, wie man das bei euch nennt. Und jetzt sind alle Truppen fertig und wir können loslegen und mit der Bartsch-Taktik uns noch ein bisschen hochfarmen. Das ist zum Beispiel einer hier. Hier würde ich das nicht machen. Also hier würde ich die Bartsch-Taktik nicht anwenden, einfach aus dem Grund, weil er zu wenig Außenstehen hat. Hier, er hat nur 18 Pokale und einen X-Bogen. Das kommt auch nicht in Frage. Oh, Leute, wollt ihr mich verarschen, ey? Ich habe die Verbindung verloren. Mach, dann stelle ich Verbindung wenigstens schnell wieder her. Es nervt mich echt ein bisschen, dass ich diese Benachrichtigung nicht mehr kriege. Ah ja, gut. Ihn muss ich auf jeden Fall eben mitnehmen. Allerdings werde ich den Loot, glaube ich... Ah, okay, hätte ich mir das auch sparen können. Werde ich den Loot, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Das ist mir zu kompliziert. Wir nehmen eben die Pokale mit. Und dann gehen wir weiter. Sieben Stück. Das ist ja okay. Wie sie... Ah, nein, Junge. Du darfst nicht CE. Übrigens, für alle Leute, die das hier zugucken, weil man nicht andere... Und aus dem Grund, weil man einfach nicht andere Leute im Clan beleidigt. Also das ist wirklich von allen Sachen im Clan eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Man sollte nicht andere Leute beleidigen. Das ist, ähm... Das ist einfach Grundregel Nummer eins, finde ich. Und das geht einfach nicht. Ne? Deswegen muss ich mir ganz genau bei dir überlegen, lieber Tom, ob du nochmal Clan-Eltester darfst. Weil man andere Leute im Clan eben respektiert. Und dann vor allem... Der Spielspaß muss ja auch gewahrt bleiben. Wenn es aber dann immer wieder Streit gibt und hast du nicht gesehen, das geht mir dann auch... Da kannst du auch drei Trilliarden Gold klauen. Das ist mir dann sowas von egal. Ähm... Zumal wir das sowieso, wenn generell, wenn ich jemanden in den Clan hole, mir auch scheißegal ist, wie viel Gold er jetzt geklaut hat. Er soll natürlich jetzt nicht alles gejammt haben oder so, das ist natürlich schon klar, aber... Wenn er jetzt 100 Millionen geklaut hat oder 300 Millionen, das ist mir im Grunde ratzelfatzel egal. Außer es halt wirklich so eine... so eine übelste What's-the-Fuck-Base. Ja, ich nehme jetzt ihn hier einfach mal, weil er 34 Pokale hat. Und zwar nicht so ganz viel draußen stehen, aber es ist mir jetzt auch egal. Wir machen jetzt mal immer erst mal die All-May-Lager weg. Ich glaube, ich habe den Gamesound gar nicht an. Das ist auch gar nicht mal so wichtig, weil der Gamesound eigentlich ziemlich... einfach nur ziemlich nervtötend ist. Und ich den guten Kollegen Fox Stevenson noch nicht erreicht habe. Ich würde sehr gerne seine Musik mal benutzen in den Let's Plays. Ich habe das bei Early Boy mal gesehen. Würde ich sehr gerne mal machen und ja, irgendwie... Na, ist da dann ein Drachen da drin. Willst du mich veräppeln, Junge? Ja, genau. Warten wir erst mal ab. Lassen wir eben den Drachen, die noch die Leute killen. Und dann werde ich vielleicht mal noch meine Bogenschützen draufhetzen. 25 Prozent haben wir jetzt aktuell. Ja, gut, der Drache killt die jetzt. Drache ist da, Drache ist da. So, jetzt. Dann will wir den Drachen mal hier oben hinholen. Den Drachen hoffentlich mal von ein paar Seiten beschießen, dass er mal kaputt geht eben. Ich hasse so Drachen in der Klanburg ist mit das Schlimmste, was es gibt, oder? Boah, das hasse ich ja. Wie die Pest. Das Problem ist echt Multitouch. Ich habe eben noch im iPad gespielt. Das ist so viel einfacher. Also, es ist so viel einfacher mit Multitouch die Truppen auf zwei Seiten oder drei zu setzen. Das ist echt geil. Hier ist es dann wirklich schon ein bisschen schwieriger. Ich kann die Leute, die wirklich nur am Rechner per Bluestacks zocken, das kann ich gar nicht verstehen. Aufnehmen, okay. Das ist natürlich von der Quali hier das Geilste überhaupt, aber tritt die, das finde ich schon, wirklich von der Quali finde ich es auf jeden Fall schon geiler, als am iPad aufzunehmen, aber, ja, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. So. Ähm. Weil du generell nach deinen Aktionen nur auf Probe im Clan bist. So. Das ist, das ist halt so. That's life, Leute. That's life. Ich will noch ein bisschen dunkles sparen, am besten noch so bis 3.000, 4.000, um so einen kleinen Puffer zu haben für, also ich will hinterher am besten mit BAM-Strategie ein bisschen hochgehen. Ich habe die Kommentare jetzt noch leider noch nicht lesen können unter der Folge, unter der 14 Uhr Folge, was ihr da für Tipps gegeben habt, weil ich die jetzt quasi direkt hintereinander aufnehme. Deswegen, Leute, ja, ich versuche es erstmal mit BAM so weit wie ich es schaffe, also mit den Barbaren und mit den Bögies so ein bisschen außen weg zu machen und dann den Rest noch, um die 50% zu kriegen, dann noch mit den Lakaien hinterherzuholen. Das ist natürlich eine Taktik, die ganz, ja, erfolgsversprechend ist, hoffe ich mal. Ansonsten muss ich mal gucken, Hocks sind auch öfters mal erfolgsversprechend, weiß ich aber noch nicht, weil die ja auch immer noch etwas kosten an dunklem, die kosten natürlich viel mehr, also das ist irgendwie das Fünffache, glaube ich, von den Lakaien. Ist halt auch immer so eine Sache. Das ist auch immer so eine Sache und immer die Zunge hier. Das ist echt das, was mich immer nervt, wenn ich so meine Aufnahmen mir selber angucke. Ich finde keinen Gegner, ey, es gibt, glaube ich, einfach keine Farming-Bases auf dieser Welt, oder? Das finde ich aber auch generell in allen Ligen irgendwie. Das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt nur in Gold 1 so. Also irgendwie, starker Tobak, ey. Sehr starker Tobak. Das muss ich echt mal gucken. Ich muss echt mal gucken, ob ich Meisterliga nochmal schaffe. Das war auch so ein... Meisterliga war auch so ein Heckmärk, bis man da mal war. Ah, Leute. Das ist echt alles nicht so einfach. Jetzt gucke ich mal da ein paar Truppen, fände ich mal ganz gespannt, was der Kollege hier geantwortet hat. Ich sehe es jetzt wieder hier nicht im Chat. Es kommt ja keine Benachrichtigung. Okay. Okay. Ähm, du hast dich halt daneben benommen. Strafe muss nun mal sein. Ich meine, dann immer, das ist dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Das geht mir auch so auf den Pinöpel, ey. Ganz ehrlich. Dein Ernst. Man muss auch nicht immer andere Leute beleidigen. Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man kein Clanältester mehr wird. Das ist nun mal so. Ich meine, ich bin generell, glaube ich, schon eher zu weichlich als Clanführer, aber irgendwann muss man auch mal... Irgendwann ist aber auch das Fässchen mal so was von überall laufen und deswegen... Das ist irgendwann... Das ist fast schon ohne Worte. Das ist fast schon ohne Worte. Ich mag den Tom, ja. Das muss ich wirklich sagen. Er ist ja auch schon länger dabei. Aber manchmal, vielleicht auch in dem jungen Alter, da muss man auch mal ein bisschen... Ja, ich auch mal ein bisschen Contra geben, sonst läuft das alles irgendwie aus dem Ruder. Ja, sonst irgendwie... Diese ganzen Streitigkeiten... Ah, das war auch immer... Ich finde wieder nix an Gegnern, die das Rad aus draußen haben. Es ist doch echt... Als würde wirklich... Als würde die Menschheit, außer vielleicht Deutschland, nur aus... Pokal-Bases bestehen. Das ist... ...sehr, sehr unverständlich. Vor allem in Gold 1. Ja, genau. Und dann so eine Base. Würdest du mich veräppeln? Das ist keine Base. Das ist eine Krankheit. Oh, er hat mich fast verklickt. Hätte ich ihn angreifen müssen. Das wäre natürlich scheiße gewesen. Hätte ich zwar vielleicht geschafft, aber dann hätte ich nur... Oh, der hat so viel Loot. Nein. Der hat so viel Loot. Und ich darf ihn nicht angreifen, weil ich... Na, fuck. Ich muss ihn angreifen. Es bleibt mir so gar nichts anderes übrig. Ich muss ihn angreifen. Der hat echt... Also ganz ehrlich, da muss ich ein paar Pokale vielleicht mal abschenken, aber der hat zu viel Loot. Der Collegiate hat echt zu viel Loot und die Base ist jetzt auch nicht so ultra gut, aber ich hoffe mal, ich schaffe es. Auch wenn wir natürlich hier der... Na ja, komm. Erst mal die Königin wegmachen irgendwie. Wenn mir hier der Kollege... ...X-Bogen vielleicht ein paar Probleme bereiten könnte, aber ich muss den Loot wirklich mal mitnehmen, ab und an. Sonst komme ich ja gar nicht mehr zu Potty hier. Vielleicht mit etwas Glück kriegen wir es vielleicht hin, aber ich denke mal, wir werden es eher nicht schaffen. Ich denke mal, wir werden es eher nicht schaffen. So, jetzt versuche ich mal, möglichst mit meinen beiden Helden da noch was zu machen. Ja, es klappt, glaube ich. Es klappt, glaube ich. Ich muss vielleicht sogar einen Zauber mal opfern hier. Es reicht, es reicht, es reicht. Es reicht, es wird reichen, es wird reichen. Es ist schon ein Gewissheit da, es wird reichen. Nehmen wir noch ein bisschen auf jeden Fall von dem Dunklen mit noch. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt zünden wir eben noch den Turbo beim König. Das soll halt auch okay sein. Und dann kann ich vielleicht bei der Königin noch ein bisschen was sparen, auf jeden Fall. Komm, komm, komm. Zeig mir die 50%, die fucking 50% an. Ja, 1100 Dunkles. Muss mal ab und zu, muss das auch mal sein. Haben wir auf Stimmfeld schon noch einen guten Abschluss hingekriegt. Du bist echt nachtragend. Ja, genau. Ja, du bist, du bist auf Probe hier. Also sei mal lieber froh, dass du überhaupt da bist. Weil nämlich, andere Leute wären nicht so, wären nicht so sanft gewesen in ihrer Entscheidung wie ich. Mir wurde auch von der Vertäusche von Dunklen auch gesagt, Junge, kick den, kick den doch und werf ihn raus. Das hat doch keinen Sinn. Ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Da bin ich aber auch dann zu loyal, vielleicht auch zu loyal. Das ist manchmal so und sind wir auf jeden Fall am Ende angekommen. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder morgen, wenn vielleicht die ganz große Jagd beginnt. Mit Matthias, hoffentlich. Und schreibt es mal unter sein Boom Beach Video vielleicht mal drunter. Irgendwie Hashtag Meister oder so. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Facebook vielleicht mal liken, dann verpasst ihr keine News mehr und bis zum nächsten Mal. Tschüpp!